Ich heiße Louis Hofmann und spiele die Rolle des Dolten. Ich habe sie von unten gehört. Ich will dir helfen. Matthias schafft es irgendwie in diesen Thriller noch so eine Leichtigkeit im Wii reinzupacken, was mir super gut gefällt. Also nicht komödiantische Elemente, sondern einfach irgendwie eine Leichtigkeit. Und neben dieser Leichtigkeit erzählt er trotzdem noch ein Drama und das macht es eigentlich auch so spannend. Das war sehr lustig, weil jeder hat erst mal ganz schnell gespielt und ist erst mal drüber. Und du musstest das wirklich so runterfahren, dass die sich angucken und sich Zeit nehmen. Wie trifft das denjenigen, was man da sagt? Trifft ihn das überhaupt? Wie durchlässig ist man davon berührt und sich das auch anzugucken und das wieder aufzunehmen und damit weiter zu spielen? Und das war mir das Wichtigste, dass das halt einfach wirklich eine amerikanische Spielweise auch wird. Hey, warte. Wie kann ich dich finden? Du findest mich schon.